Valentinstag, Valentinstag, ach, ist auch egal, bei uns heißt das Trainingstag. Hallo, hier ist AdlerTV. Ja, nichts mit Kuscheln bei unseren Profis, die hatten heute einen richtig harten Trainingstag in Travemünde. Wir waren dabei, zwei richtig harte Einheiten, plus Physio, plus Leistungstest und hier kommen die Bilder dazu. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und für alle, die jetzt schon ins Schwitzen gekommen sind, Achtung, Next Level Leistungstest mit Matthias Kurz war angesagt. Schaut es euch an. Schaut es euch an. Schaut es euch an. So, das war die erste Einheit von unseren Profis heute Morgen. Jetzt Mittagspause, etwas Essen, etwas Ruhe ist angesagt, bevor es dann um 15 Uhr nochmal auf den Platz geht zur zweiten Einheit. Ja, wie gesagt, morgen dann das Testspiel gegen den FC Türke um 19.30 Uhr an der Travemünde Allee. Da müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Und für alle, die jetzt noch ein Valentinsgeschenk suchen, wir haben da einen ganz coolen Tipp für euch. Schaut mal hier. Das beste Valentinsgeschenk? Oh, zum Essen eingeladen werden. Zum Essen eingeladen werden. Am besten von Kenny. So, das war es heute von uns. Euch einen schönen Valentinstag dann noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.